Hey Leute und willkommen zu wieder einem Talk-Video. Wie ihr im Titel und im Verband mir wahrscheinlich schon erkennen könnt, möchte ich heute mal über Vodafone sprechen. Und zwar nicht wirklich positiv, aber ganz ehrlich, kann man das wirklich tun? Bei mir geht es auch heute nicht um alle Probleme, die ich bei Vodafone bisher hatte, weil in der Vergangenheit gab es da schon ein paar Sachen, die ich jetzt auch nicht mehr so richtig wiedergeben kann. Deswegen möchte ich darüber nicht sprechen. Sondern bei mir geht es eben um ein neues Problem und leider, so wie es aussieht, auch noch ein aktuelles Problem, wo ich dachte, dass es mittlerweile eigentlich schon behoben ist. Und zwar habe ich ja auch, ich glaube vor zwei Wochen, ein Ankündigungsvideo hochgeladen, wo ich eben meinen Upload geleakt habe und eben erklärt habe, dass es mit diesem Upload, und zwar 0,96 Upload Speed, dass es damit nicht möglich ist, zu streamen und Videos hochzuladen. Ich musste vor zwei Wochen wegen Vodafone eine Stream-Pause einlegen, die aber auch noch zufälligerweise eine Woche vor meinem Urlaub geschehen ist. Das heißt insgesamt gab es ja mehr oder weniger wegen Vodafone zwei Wochen keine Streams. Eine Woche davon war ich zwar im Urlaub, aber ey, die Woche davor hätte ich noch vollkommen durchziehen können. Und das hat mich auch richtig mad gemacht, weil ich sowieso in dieser Woche nicht viel zu tun hatte. Das heißt, ich hätte richtig schön viel Freizeit gehabt, aber da der Upload einfach so schlecht war, konnte ich nichts machen, außer mit Vodafone in Kontakt treten. Und hier kommen wir jetzt direkt mal zum ersten Problem, was ich finde, was zumindest Vodafone bei mir hatte. Und zwar jedes Mal, wenn ich beim Vodafone Kundenservice angerufen habe, dann waren die Wartezeiten. Die waren zwar okay, es ging nicht wirklich so lange, aber die Person am Telefon konnte mir nicht wirklich weiterhelfen. Und das ist, denke ich, auch nicht diesen Personen verschmuddelt, sondern einfach dem System. Und zwar gibt es beim Vodafone einmal den technischen Service und einmal einfach eben den Support. Man kann nicht direkt beim technischen Service anrufen, sondern wird immer direkt zum Support verbunden, der einem dann halt ein paar Sachen erklären kann, was da gerade gemacht wird. So, folgendes Problem an dieser Sache. Ich habe mehrmals mit dem Support gesprochen, das waren auch echt nette Menschen am Telefon, da kann ich nichts sagen, die waren alle einfach nett. Aber die wussten leider nicht genau, was die Techniker da machen. Es hieß dann immer halt, ja, das Problem haben sie ja schon gemeldet, ja, die Techniker sind da immer noch dran, aber von wegen mal ganz genau sagen, was die Techniker da einfach machen, ein bisschen Transparenz zeigen, warum das eigentlich so lange dauert, konnten die mir nie sagen. Die haben immer nur Folgendes gesagt, und zwar, dass sie das vermerken, dass ich da nochmal angerufen habe und dass die Techniker sich nochmal per SMS irgendwie melden sollen, aber im Endeffekt ist da einfach nichts passiert, da halt dieser Support nicht direkt mit den Technikern in Verbindung ist. Die wissen nicht genau, was die Techniker dort eigentlich machen. Und das ist halt das Schlimme gewesen, weil ich habe das Problem am Anfang der Woche gemeldet und am Ende der Woche, kurz bevor ich in den Urlaub gegangen bin, hieß es immer noch, dass die Techniker da dran sind. Und das ist halt so eine Sache, ich hätte halt gerne gewusst, was genau denn die Techniker machen, warum das so lange braucht. Aber das konnte mir leider keiner erzählen. Ich habe auch direkt eben erwähnt, dass ich halt eben normalerweise streamen würde und dass es jetzt halt auch einfach viele Tage sind, in denen ich nicht streamen konnte. Da waren die immerhin so nett und haben mir erklärt, dass ich das gerne nochmal bei einer anderen Abteilung melden kann und die sich dann darum kümmert, dass ich dann eine Gutschrift bekomme für diesen Zeitraum, in dem ich quasi nicht streamen konnte. Und natürlich auch für den Zeitraum, wo das Internet nicht gut genug war. Also immerhin wurde das gemacht. Aber ich kann halt nicht ganz nachvollziehen, warum man für so ein Problem, wo einfach nur der Upload zu schwach ist, warum man dafür über eine Woche braucht. Und jetzt kommt ja auch erst der Knackpunkt. Als ich dann im Urlaub war, habe ich glaube ich am Donnerstag, eine, also fast zwei Wochen, nachdem ich das Problem gemeldet habe, habe ich eine SMS bekommen, dass das Problem behoben worden ist. Das heißt, stelle ich mal vor, ich wäre nicht in den Urlaub gegangen, sondern wäre immer noch zu Hause gewesen. Dann hätte ich noch eine weitere Woche bis Donnerstag nicht streamen können, weil der Upload bis dahin, bis dato Donnerstag, immer noch nicht am Start war. In der darauffolgenden Woche, am Mittwoch, kam ich dann jedenfalls zurück. Ich habe ja auch, glaube ich, dann am Donnerstag, nach diesem Mittwoch, wo ich zurückkam, direkt das Video hochgeladen, eben, dass ich zurück bin und so weiter. Und ja, die Streams liefen. Die Streams liefen gut. Aber, wie jedes Mal, mache ich immer einen Speedtest, bevor ich streame, um einfach zu gucken, ob wirklich alles passt. Und ich würde mal sagen, wir machen diesen Speedtest, den ich normalerweise immer vor Streams mache, auch mal jetzt im Video. Und dann werdet ihr gleich wissen, worauf ich hinaus will. So, ich habe das hier schon mal geöffnet. So sieht das dann aus. Dann gehen wir hier einfach mal auf Start. Das ist eben von Vodafone selber. Also, das ist kein Drittanbieter oder sowas. Das ist keine komische Website. Das ist wirklich von Vodafone selbst. Und hier sehen wir jetzt schon direkt das erste Problem. Schaut mal, wo dieser Balken ist. Und, Gott, warum folgt mir da jemand? Okay, das ist random. Schaut mal, wo dieser Balken hier ist. Bei 94. 19% deines gebuchten Tarifs. Und der Upload, wie man sehen kann, da beschwere ich mich nicht drüber. Das ist schon in Ordnung. Der Upload ist eben gebucht 25 und scheint jetzt so auf 25 zu bleiben. Das ist in Ordnung. Ping ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Wobei der scheinbar auch höher sein könnte. Aber hat zumindest zum Stream eigentlich ausgereicht. Hier aber das Problem. Schaut euch mal den Download an. Warum? Warum ist der Download bei 94 statt bei 500? Die haben sich doch generell um das Problem gekümmert. Warum funktioniert jetzt der Upload, aber jetzt wieder der Download nicht? So. Ich verstehe es nicht. Das ist halt mein Problem mit Vodafone. Dass die einfach unverständlich arbeiten so. Die haben mir eine SMS geschickt, dass das Problem behoben worden ist. Aber wie ihr sehen könnt, es gibt jetzt halt ein anderes Problem. Und dazu haben sie gar nichts geschrieben. Die sehen ja auch selber. Die sehen ja auch selber, wie die Verbindung bei mir zu Hause aussieht. Die können das nachprüfen. Das heißt, die wissen, dass da was nicht ganz stimmt. Aber solange sich der Kunde nicht beschwert, passt es ja. Und ja, das hier, das hier meine Lieben, wird der Hauptgrund sein, weswegen ich von Vodafone weggehe. Auf jeden Fall. Ich kann mir das einfach nicht mehr geben so. Ich habe insgesamt fünfmal in einer Woche mit denen telefoniert. Eine Woche danach wurde das Problem behoben. Weil eben, es wurde nicht richtig behoben. Ich habe immer noch ein Problem. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Anime runterladen will oder so, kann ich das natürlich tun. Aber es würde normalerweise viel schneller gehen, weil ich natürlich einen viel höheren Download habe. Und wir zahlen ja auch gutes Geld im Monat dafür, dass Download und Upload gut laufen. Was Streams angeht, kann ich mich nicht beschweren. Die Streams laufen jetzt wieder perfekt. Aber was ist denn jetzt schon wieder los? Die kriegen es einfach nicht auf die Reihe, das zu fixen. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich einfach enttäuscht. Das Angebot von Vodafone sah richtig gut aus, weswegen wir uns das damals geholt haben. Weil, ich meine, 500, 500 Download und 25 Upload ist halt geil. Aber es ist halt inkonsistent, das Fuck. Und, zumindest meine Erfahrungen mit dem Kundenservice waren nicht gut. Definitiv nicht gut. Weil, die Leute am Telefon sind nett, aber was bringt es, wenn sie nett sind, wenn da kein Austausch mit den Technikern stattfindet und wenn die Techniker auch irgendwie nichts auf die Reihe bekommen. Also es tut mir wirklich leid. Aber hiermit kündige ich jetzt an, dass ich mich mit meiner Mom auseinandersetzen werde und wir dann von Vodafone weggehen und zu Telekom switchen. Von Telekom habe ich schon einiges Gutes gehört von Kollegen. Der Y-Cast zum Beispiel, ein Stream-Kollege und auch ein Real-Life-Kollege, einer meiner besten Kollegen, ist auch schon länger bei Telekom und kann da auch nur Gutes davon erzählen. Es gibt auch generell, ähm, es gibt auch eine gute Option für hier unser Haus mit einem sehr nicem Upload und einem sehr nicem Download, was halt dann wahrscheinlich auch viel mehr konsistent sein wird als Vodafone. Und, ähm, ja, es tut mir leid, aber Vodafone ist bei mir unten durch. Das ist zwar das aktuellste Problem, ähm, aber wie erwähnt hatte ich auch schon davor hier und da mal einzelne Probleme. Aber ich finde es einfach nach wie vor krass, dass selbst, äh, jetzt zweieinhalb Wochen nach diesem gemeldeten Problem das Internet immer noch nicht richtig läuft. Ich weiß nicht, wie man das hinbekommt. Ja, ihr könnt mir dann unten in die Kommentare gerne auch schreiben, ob ihr vielleicht auch solche komischen Erfahrungen mit Vodafone gemacht habt, ob ihr das genauso seht oder ob ihr vielleicht sogar gute Erfahrungen mit Vodafone gemacht habt. Ich kann auf jeden Fall nichts Positives, äh, da erzählen, außer eben, dass der, äh, dass die Leute am Telefon halt nett sind. Aber, ja, das war's auch schon. Ich werde mir auf jeden Fall natürlich noch meine Gutschrift gönnen und dann aber eben gucken, dass ich demnächst switche und zur Telekom übergehe. Ich werde euch diesbezüglich auf jeden Fall up to date halten, weil es kann natürlich sein, dass ich dann mal für mehrere Tage während der Wechsel kein Internet haben werde. Das könnt ihr dann bestimmt auf Instagram, äh, verfolgen, weil ich Instagram-Stories machen werde oder halt auch auf Twitter. Aber, ja, das soll's dann fürs Video auch schon wieder gewesen sein. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle danke fürs Zuschauen oder zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.